So, ich grüße euch. Das ist das Chapter 9 und ich denke, das ist schon das letzte Video in diesem Kapitel. Und es ist das Video 42. Wie cool ist das? Irgendwann musste ja Video 42 kommen. Hier oben ist der entsprechende Hinweis, das ist tatsächlich Video 42. Ich denke, das wird das beste Video werden in der ganzen Serie hier. Schauen wir mal. Okay, worum soll es gehen? Wir werden das Thema der Endrekursion nochmal aufgreifen. Oder etwas genauer gesagt, der Technik, die wir eingesetzt haben, um eine Endrekursive Funktion zu konstruieren, nämlich die Technik der akkumulierenden Argumente. Die hat er uns im letzten Video zu einer Funktion gebracht, die tatsächlich einen konstanten Reduktionsprozess konstanter Größe, genauer gesagt, uns geliefert hat. Okay, das war sehr erfreulich, denn das hat uns erlaubt, unabhängig von der Größe eines Argumentes, diese Funktion auch in beschränktem Hieb auszuführen. Okay, also an der Stelle hat uns die Technik der akkumulierenden Argumente einen Platzvorteil verschafft. Was ich in dem Video hier euch zeigen möchte, ist, dass das eine allgemein coole Technik ist, die uns auch einen echt messbaren, wirklich signifikanten Performancevorteil bei der Ausführung unserer Funktion geben kann. Und die Funktion, die ich dazu betrachten möchte, ist die Funktion für Listreversal, die Listenumkehr, Reihenfolge der Elemente in einer gegebenen Liste umkehren. Haben wir schon besprochen, haben wir zum Beispiel schon in Chapter 8 besprochen. In verschiedenen Versionen kommt diese Funktion jetzt schon in der Vorlesung vor. Hier ist nochmal eine ganz bestimmte Version dieser Funktion gezeigt. Diesmal in Form der von uns definierten Funktionen Rev für Reverse, ja, Listreversal. Okay, was reingeht, ist eine Liste, was rausgeht, ist eine Liste der gleichen Länge, aber die Elemente sind alle umgekehrt. Wer erstes Element war, ist jetzt letztes, wer letztes Element war, ist jetzt erstes und so weiter. Ganz normale Listenumkehr. Die Idee, die wir hier zur Implementation benutzen, ist die Idee, die ihr schon gesehen habt, nämlich eine Idee basierend hier auf dem Anfügen eines Elementes Y hinter einer schon bestehenden Liste. Okay, also eigentlich die umgekehrte Operation, die sonst MakePair für uns ausführt. MakePair, xxs, fügt x vorne vor die Restliste xs an. Und dann, diese umgedrehte Operation hier, die wir Reup genannt haben, also Repair, bloß umgekehrt, hängt das Element Y irgendwie hinten, hinten an die schon bestehende Liste hier, an das zweite Argument hinten dran. Okay, also Reup kann ein Element hinten an eine bestimmte Liste anhängen. Ich habe hier keine extra Reup-Funktion irgendwie implementiert. Ich mache das einfach mit dem hausüblichen Append, das uns sowieso zur Verfügung steht. Append in der Form hier, hängt das Element Y, ihr seht hier, baue ich daraus eine einelementige Liste. Listen kann ich mit Append zusammenfügen. Hier vorne steht die schon bestehende Liste. Die einelementige Liste mit dem Y hänge ich hinten dran. Dann, effektiv wird das Y also hinten an die schon bestehende Liste drangehängt. Das war die Kernoperation in dieser Implementation von Reverse oder von Rev, wie sie hier auf der Folie genannt wurde. Okay, wie geht das Ding vor sich? Mensch, wenn in der Liste xs keine Elemente drin sind, wenn sie also empty ist, dann ist auch deren Umkehrung empty. Okay, kein Problem. Sollte die Liste nicht leer sein, dann muss sie wohl diese Form haben und dieses Pattern hier füllen. Okay, was wir dann machen, ist einfach hier das gehighlightete Ys, die Restliste schon mal umdrehen. Okay, wunderbar. Hier seht ihr das. Das ist der rekursive Aufruf an der Stelle. Und das Y, das bisher immer noch ganz vorne gestanden hat, das wandert jetzt ganz nach hinten hier. Alles klar. Und wird damit ein weiteres Element unserer Listenumkehr irgendwie berechnen. Die entsprechende Logik, die sich hinter diesem Ausdruck hier befindet, okay, warum das gut funktioniert, wie gesagt, das haben wir schon mal im Chapter 7 besprochen. Lass mich mal kurz meine Notizen anschauen. Und zwar im Video 35 ist das an der Stelle schon mal besprochen worden. Wer das also irgendwie nochmal nachschlagen möchte, der kann das gerne an der Stelle machen. Damals hatten wir das Ganze mit Folder implementiert und formuliert. Ist aber genau die gleiche Idee hier. Ihr werdet da die entsprechende Diskussion dazu finden. Okay, also das ist unsere Rev-Implementation. Ich kann die ja auch mal hier in meinen Racket-Editor rüberholen. Da habe ich nämlich genau die Implementation schon vorbereitet. Hier in die Sektion von Video 42 kann ich das Ding mal irgendwie einbauen. Alles klar. Und dann mal ausführen und mal ausprobieren. Okay, Rev von List 1138 ist 8311 scheint zu funktionieren. Okay, das ist unsere Rev-Funktion. Okay, alles ist super. Bis wir uns das Laufzeitverhalten, die Performance, die benötigte Laufzeit von unserer Rev-Funktion mal ein bisschen genauer anschauen. Okay, hier diese Folie, die schlägt das vor. Hey, mach doch mal entsprechende Testläufe mit der Rev-Funktion. Und zwar einmal auf einer Testliste, die genau 1000 Elemente trägt. Welche Elemente das genau sind, ist uns herzlich egal. Weil es ist einfach nur wichtig, dass dies ein Berechnungsproblem ist, der Größe 1000. Also Rev auf einer Liste der Länge 1000 ausgeführt. Und Rev auf einer Liste mit 2000 Elementen ausgeführt. Vergleich doch mal die beiden Laufzeiten. Mach doch mal einen Benchmark, wie die Informatiker sagen würden. Stell dich doch einfach mal hin. Dann misst die Zeit mit einer Stoppuhr, wie lange jeweils Rev auf einer Liste von 1000 bzw. auf 2000 Elementen benötigt. Und dann berichte mal, was du siehst. Meine vollkommen naive Herangehensweise an der Stelle, und ihr wisst, ich bin unendlich naiv, würde mir doch sagen, Mensch, das ist ein doppelt so schweres Problem. 2000 statt 1000 Elemente. Dann würde Rev wohl mindestens doppelt so viel Zeit brauchen. Oder eigentlich hoffentlich doppelt so viel Zeit. Okay, lasst uns das mal an der Stelle hier nachspielen. Auf der Racket-Seite. Okay, ich habe gerade von so einer Stoppuhr gesprochen, die wir brauchen, um die Laufzeit von Rev zu messen. Das könnte ich jetzt natürlich hier irgendwie mit meinem Telefon nachmessen und so weiter. Aber es gibt schon eine Stoppuhr, die eingebaut ist in Racket selber. Eine Stoppuhr, die ich benutzen kann, um die Auswertungszeit für einen gegebenen Ausdruck in Millisekunden zu messen. Okay, um das zu machen, werde ich mir weitere Funktionalität von Racket reinholen. Mit diesem Require hier. Wir haben das Require schon mal in einer vorherigen Vorlesung und Videos benutzt. Damit kann ich zusätzliche Funktionen, die schon vordefiniert sind, zum Beispiel in der Racket-Base-Library, hier in mein aktuelles Programm mit reinholen. Und was ich mir jetzt an der Stelle mit reingeholt habe, ist eine bestimmte Funktion und die nennt sich Time. Okay, also ich lasse das Ganze mal ablaufen hier. Okay, was mir jetzt hier zur Verfügung steht, ist die Time-Funktion. Okay, und ja, ich könnte zum Beispiel mal die Auswertung dieses hier jetzt blau markierten Ausdrucks messen in Millisekunden und lasse das Time das mal für mich durchführen. Und da kommt 42 raus, alles klar, hervorragend. Aber es kommt auch zusätzliche Information raus, nämlich zum Beispiel die CPU-Time, die benötigt wurde, um diese Addition von 40 und 2 auszuführen. Ihr seht, dass die CPU-Time hier mit 0 Millisekunden angegeben wird. Gut, also das ist so zu lesen, als dass die Auswertung dieses einfachen arithmetischen Ausdrucks so schnell vorgegangen ist, dass die Auflösung des Timers, der hier in der Time-Funktion intern eingebaut ist, das überhaupt gar nicht wahrnehmen konnte, sozusagen. Okay, alles klar. Wir müssen also schon etwas kompliziertere Ausdrücke hier an die blaue Stelle schreiben, um tatsächlich zu sehen, dass Racket sich richtig anstrengen muss. Und der Reverse auf so einer Liste von 1000 bzw. 2000 Elementen, ja, das ist tatsächlich so eine Operation, die tatsächlich schon ein bisschen länger dauern wird. Um das mal so ein bisschen vorzubereiten, hole ich mir noch ein weiteres Bit hier aus meinem Cut-and-Paste-Buffer. Okay, denn unser Benchmark redet von einer Liste, die 1000 bzw. 2000 Elemente haben darf. Woher nehmen und nicht stehlen? Ja, ich werde mir einfach eine Funktion bauen, die hier zum Beispiel, die From-To-Funktion, die mir eine Liste einer gegebenen Länge irgendwie konstruieren kann. Okay, ihr seht schon hier, ich generiere die Liste von S bis E, von Startpunkt bis Endpunkt. Das sind jeweils zwei natürliche Zahlen. Ihr könnt euch schon denken, was From-To-S-E machen wird. Es wird mir eine Liste aufbauen, in der ich die Elemente S, S plus 1, S plus 2, S plus 3 bis einschließlich E finden kann. Lass mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Okay, also hier, From-To-One-Ten, das ist die Liste, die die Zahlen 1 bis 10 beinhaltet. Damit kann ich mir leicht Listen bauen, die zum Beispiel 1000 oder 2000 Elemente beinhalten. Gar kein Thema. Das habe ich auch schon mal hier vorbereitet. Ich muss wieder scrollen in meinem Cut-and-Paste-Buffer. Kleine Sekunde bitte. Irgendwo muss das sein, oder? Hier ist es. Hier ist es. Okay, das hat er vorhagend. Das hole ich mir hier mal rein. Jetzt, wo ich From-To habe, kann ich diese beiden Definitionen machen. Ich werde mir eine 1000 und eine 2000 Liste bauen. Jeweils Listen von natürlichen Zahlen. Die kann ich super mit From-To konstruieren. Ihr seht, die 1000 Liste wird From-To-1000 und die 2000 Liste From-To-One-Ten definiert sein. Okay, komm, das machen wir mal. Okay, also zum Beispiel 1000. Mal gucken, was das für eine Liste ist. Ja, da sind tatsächlich die Elemente drin von 1 bis 1000. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Ich kann auch mal die Länge messen von 2000 zum Beispiel. Ja, da finden sich tatsächlich 2000 Elemente drin. Okay, jetzt haben wir zwei solche Listen, die tatsächlich 1000 beziehungsweise 2000 Elemente beinhalten. Na gut, dann würde ich sagen, dann führen wir doch mal die entsprechenden Zeitmessungen durch und zwar mit Time. Und ich werde das in der folgenden Art und Weise machen. Ich werde mir hier ein T1 definieren und da werde ich die Laufzeit messen von Rev auf 1000, also auf der 1000 Elemente Liste. Okay, das werde ich berechnen und das entsprechende Ergebnis wird an T1 gebunden. Damit verhindere ich, genauso wie im letzten Video, dass mir gleich die ganze Rappel voll hier mit 1000 Elementen geschrieben wird. Diese Berechnung hier wird natürlich trotzdem ausgeführt und sie wird in ihrer Laufzeit natürlich trotzdem auch gemessen. Und die entsprechende gemessene Laufzeit sehe ich dann ja auch in der Rappel. Wir können dann später irgendwie checken, dass T1 tatsächlich die umgedrehte Liste mit 1000 Elementen ist. Okay, lasst uns das Ganze mal irgendwie messen hier. Okay, Zeit läuft, alles klar. Läuft, 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 läuft. Okay, okay. Alles klar, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Ihr seht hier die Ausgabe von Time. CPU Time 6804. 804, das sind 6,804 Sekunden, die verbraucht wurde, um dieses Reversal von 1000 durchzuführen. Okay, dann ist jetzt Zeit für den Reversal von 2000. Okay, und meine Hoffnung wäre doch, wenn die 1000 Liste in 6,80 Sekunden umgedreht werden kann, dann wird doch hoffentlich die 2000 Liste in 2 mal 6,80 Sekunden, also ungefähr 13,14 Sekunden umzudrehen sein. Okay, und go! Ich denke, so langsam sind dann die 12, 13 Sekunden um. 13,14 Sekunden, noch Busy, noch Busy. Ja, jetzt müsste er dann aber langer mal zu Ende kommen. Okay, 30 Sekunden. 30 Sekunden für das Umdrehen einer Liste, die doppelt so viele Elemente beinhaltet. 30 Sekunden ist doch deutlich doppelt so viel wie 6,80 Sekunden. Das ist ja mehr als 4 mal so viel. Irgendwie ist das relativ enttäuschend. Also was ich hier an der Stelle in meinen Zeitmessungen tatsächlich beobachtet habe, und was diese Folie unten schon angedeutet hat mit dem Naum nach unten, hat sich ja tatsächlich eingestellt. Wir haben irgendeine Zeit t Sekunden gemessen. T Sekunden gemessen für das Umdrehen von 1000 Elementen. Wir haben eine Zeit deutlich größer als 2 mal t gemessen für eine Listenumkehr von 2000 Elementen. Wenn man sich mehrere von solchen Benchmarks durchführen lässt und mal tatsächlich irgendwie das Rauschen bei solchen Messungen irgendwie entsprechend entfernt, so werdet ihr sehen, dass tatsächlich wir hier nicht t Sekunden irgendwie an der Stelle irgendwie messen, sondern irgendwie n mal t Quadratsekunden. Also irgendwie mit der Länge der Liste, mit der Anzahl der Elemente, die wir umzudrehen haben, wächst die Zeit nicht linear an, sondern sie wächst irgendwie quadratisch an. Okay, und das ist eindeutig eine enttäuschende Nachricht. Und weil das so übel ist, würde ich sagen, ist es okay, mal ein paar Sekunden zu investieren hier, um zu schauen, wie es denn dazu kommt. Okay, schaut euch nochmal hier an diese entsprechende Stelle in unserer Ref-Funktion, die ja auf diesem Rehab basiert. Das Rehab, das in Wirklichkeit hier mit einem Append arbeitet. Ein Append, das vorne die umgedrehte Liste Ys irgendwie vor sich hat und hinten genau ein einziges Element irgendwie dran hängt. Okay, also ein Append, das vorne potenziell eine relativ lange Liste zu verarbeiten hat und hinten genau ein Element irgendwie an diese Liste irgendwie anhängt. Das ist der Kern von unserer Ref-Funktion. Okay, und wenn man sich jetzt also zum Beispiel die Auswertung von Rev auf der Liste 1000, die ja in Wirklichkeit das hier ist, mal genauer anschaut, dann führt das doch intern zu einer Auswertung von der folgenden Form. Irgendwann werden wir, Entschuldigung, irgendwann werden wir einen Append ausführen, der sich mit dieser Liste hier irgendwie zu beschäftigen hat. Das ist die Liste, die umgedrehte Restliste, die die Elemente 2 bis 1000 beinhaltet, natürlich schon umgedreht. Warum schon umgedreht? Ja, weil wir hier einen entsprechenden Rev-Aufruf auf der Restliste irgendwie schon ausgeführt haben. Wenn Rev seine Arbeit getan hat, dann ist es Zeit für Append seine Arbeit zu tun. Und ja, das wird dann eine Liste von 999 umgedrehten Elementen sehen und das tausendste Element Y irgendwie hinten dran zu hängen haben. Und das ist genau das, was wir hier an der Stelle sehen. Wenn ihr euch erinnert, wie die Append oder Cat, wie wir es damals genannt haben, als wir es das erste Mal diskutiert haben, vor sich geht, dann wisst ihr, dass so ein Append-Aufruf tatsächlich intern zu 1000 Aufrufen von MakePair führt. Zur Konstruktion des zusammengehängten Listenergebnisses hier werden die einzelnen Elemente aus der ersten Liste herausgenommen. Es wird eine neue Liste jeweils mit MakePair konstruiert, bevor dann das allerletzte Listenerlement hier oder diese angehängte Liste irgendwie in einem letzten MakePair-Schritt an das Ergebnis dran gehängt werden wird. Okay, das führt insgesamt zu 1000 Aufrufen von MakePair. Okay, alles klar. Bevor wir aber überhaupt dieses Ergebnis hier in die Hand nehmen konnten, die entsprechende Listenumkehr unserer Restliste von 2000 bis 1000, musste natürlich diese Umkehrung erstmal berechnet werden. Und während der Berechnung der Umkehr dieser Liste ist es irgendwann zu einer Berechnung von einem Append dieser Form gekommen. Okay, jemand hatte schon die Restliste von 3000 bis 1000 für uns umgedreht und wir mussten dann noch die 2 hinten dran hängen. Wenn ich das hier mache, dann komme ich tatsächlich hier genau zu diesem Zwischenergebnis hier an der Stelle. Aber irgendjemand, ja, irgendjemand muss ja diese Berechnung hier für uns an der Stelle irgendwie schon mal durchgeführt haben. Darum geht die ganze Betrachtung hier weiter in tiefer in die Rekursion rein. Irgendjemand wird wohl diese Liste für uns hergestellt haben. Dabei ist ein Append ausgeführt worden sozusagen und so weiter und so fort. Ihr seht schon, wie die Argumentation da an der Stelle weitergeht. Okay, also hier brauchte ich 1000 Aufrufe von MakePair. Hier, um das hier herzustellen, dieses Zwischenergebnis, brauchte ich 999 Aufrufe von MakePair. Hier, wenn ich diesen Pfeil weiterverfolge, brauchte ich intern, um dieses Zwischenergebnis zu erzeugen, 998 Aufrufe von MakePair und so weiter und so fort. Die Anzahl der Aufrufe von MakePair ist wirklich die Hauptarbeit von Rev, die hier tatsächlich durchgeführt wird. Okay, und wenn ich diese Gesamtanzahl der Aufrufe von MakePair mal zusammen maddiere, ja, dann komme ich zu diesem ziemlich ernüchternden Ergebnis. Okay, also ich habe zuerst 1000 Aufrufe von MakePair ausführen müssen, die sehen wir hier sogar noch direkt auf der Folie angegeben. Danach dann 999 Aufrufe von MakePair, auch die sehen wir hier noch. Später dann 998, 997 und so weiter und so fort, bis die entsprechend umgedrehtenen Listen hier vorne tatsächlich immer kürzer werden. Da gibt es natürlich für Append an der Stelle jeweils in jeder Rekursion von Rev immer weniger Arbeit zu tun. Aber das ist die gesamte Anzahl von MakePair-Aufrufen, die an der Stelle irgendwie durchzuführen ist. Um das ein bisschen kürzer zu fassen, einfach hier in die Summenform gepasst. Das ist die Summe von i gleich 1 bis n. n ist die Anzahl der Listenelemente, n gleich 1000 zum Beispiel, über i. Und wenn ich mir das angucke, das ist halt 1,5 n² plus n. Okay, und das ist tatsächlich quadratisch in n. n ist unsere Listenlänge. Das hier ist ein Maß für den Aufwand, den unsere Rev-Funktion für uns irgendwie führen muss. Wenn die Listenlänge also n ist, dann habe ich quadratisch hohen Aufwand, um tatsächlich diese Rev-Berechnungen zu machen. Und naja, ihr seht, wo das so hingeführt hat. Hier, ich schalte nochmal rüber in die REPL zu diesem doch doch sehr, sehr enttäuschenden Verhalten von Rev auf diesen sehr, sehr langen Listen. Okay, alles klar. Wo ist da der Ausweg? Der Ausweg könnte in einer Programmiertechnik bestehen, die wir uns schon angeschaut haben im letzten Video. Nämlich in der Technik der akkumulierenden Argumente, die uns damals Platz gespart hat. Wie ich schon am Anfang dieses Videos irgendwie angedeutet habe. Diesmal werden uns die akkumulierenden Argumente nicht nur Platz sparen, sie werden uns auch Zeit sparen. Okay, alles klar. Mal gucken, wie das entsprechende Schema vor sich gehen könnte. Was ich jetzt also berechnen will, ist wieder Listenumkehr. Okay, dabei bleibt es. Okay, aber diesmal möchte ich gerne die Technik der akkumulierenden Argumente einsetzen. Die Funktion, die ich mir jetzt hier konstruieren werde und die wir nachher auch in der REPL dann ausprobieren werden, die werde ich Backwards nennen. Also weil Reverse und Rev und was weiß ich, all diese Namen schon vergeben sind, okay, dann heißt die Funktion jetzt halt Backwards. Okay. Und ja, ganz im Stil der Funktionen mit akkumulierendem Argument, die typischerweise mit einem Wrapper daherkommen, die das Funktionsargument an den Worker durchreichen und dabei gleichzeitig noch den Akkumulator initialisieren, genau in dem Stil werden wir hier auch mit einem Worker und mit einem Wrapper vor uns vor sich gehen. Was hier auf dieser Folie besprochen wird, ist ausschließlich der Worker, okay. Wir werden sehen, dass der Backwards Wrapper wirklich trivial ist, okay. Er hat einfach nur das Argument XS durchzureichen und den entsprechenden Akkumulator zu initialisieren. Okay, also hier in dieser Folie geht es um die Definition des Workers, okay. Und ja, der hat natürlich zwei Argumente. Das erste Argument ist die Liste, die umzudrehen ist. Das zweite Argument ist der Akkumulator, okay. Super, also das schon berechnete Zwischenergebnis. Alles klar, wir wissen, am Ende der rekursiven Abarbeitung von Backwards Worker wird der Akkumulator das Endergebnis unserer Berechnung beinhalten. Also wir können nur hoffen, dass am Ende unserer Rekursion hier der Akkumulator tatsächlich die umgedrehte Liste XS beinhalten wird. Okay, wieder schreibe ich dieses Vorgehen des Backwards Worker hier in Form von so einer Tabelle auf. Und jedes Mal, wenn ihr hier so eine Zeile in der Tabelle seht, dann sind das genau die Argumente eines rekursiven Aufrufs für meinen Backwards Worker. Wenn ich also die Liste 1, 2, 3 umdrehen will, dann startet Backwards Worker mit diesen ersten Argumenten in seinem allerersten Aufruf. Okay, also ich gebe einfach die Liste 1, 2, 3, das ist meine Liste XS hier rein und mein Akkumulator ist zu diesem Zeitpunkt die Empty List. Das ist der Akkustartwert. Okay, und genau in dem Stil der Akkumulator basierten Funktionen vom letzten Mal, also unser Factorial Akkumulator basiert definiert haben, gibt es jetzt hier eine sehr einfache Berechnungsvorschrift, die uns jeweils hier auf der linken Seite jeweils zu einer kürzeren Liste bringt, die wir noch irgendwie umzudrehen haben und zu einer sehr simplen Art und Weise, wie wir hier den Akkumulator zu pflegen haben. An keiner Stelle entstehen hier irgendwelche aufgestauten Ausdrücke, alles kann sofort ausgewertet werden, das Ganze wird platzeffizient sein. Und ihr seht, wie einfach die Berechnungsvorschrift ist, von rekursiven Aufruf zu rekursiven Aufruf werde ich mein entsprechendes Argument XS immer um das Kopfelement verkleinern. Das lässt sich ungeheuer leicht implementieren, indem ich einfach REST auf XS aufrufe. Sehr effiziente, einfache Operation. Warum berechne ich hier den Listen REST? Ja, weil ich mich um den entsprechenden Listen Kopf jeweils in dieser Rekursion von Backwards Worker gekümmert habe. Okay, alles klar. Also tatsächlich, hier in dieser ersten Rekursion von Backwards Worker werde ich den Listen Kopf nehmen, den ich sehr einfach berechnen kann, einfach mit einem First Aufruf, den kann ich sofort in die Hand nehmen und packe ihn vorne, vorne dran an meinen Akkumulator. Okay, ein Element wie hier die 1 vorne an eine schon bestehende Liste, an meinen Akkumulator-Liste irgendwie dran zu hängen, funktioniert einfach mit Make-Pair super effizient. Okay, das ist nicht das hinten Anhängen an einer Liste. Ich stelle das Element 1 vorne vor meinen Akkumulator. Ihr seht, die einfache Operation, die mir dazu irgendwie durchzuführen hat, das ist ein einfacher Make-Pair-Aufruf. Ja, okay, alles klar. Ja, da habe ich die 1 abgearbeitet, in der nächsten Rekursionsstufe werde ich die 2 abarbeiten. Okay, und an meinen bestehenden Akkumulator werde ich vorne die 2 anhängen, mit einem einfachen Make-Pair-2-Akumulator. Ja, das gibt mir dann hier schon die Liste 2-1. Und ihr seht schon, ich kriege schon ein Gefühl dafür, wie sich hier die entsprechende umgedrehte Liste irgendwie aufbauen wird. Ja, weiteres Element bearbeiten, das ist die 3 an meinen Akkumulator, der sich inzwischen so eingestellt hat, vorne die 3 mit einem einfachen Make-Pair-Aufruf die 3 dranhängen. Dann hat sich hier inzwischen die Liste 3-2-1 eingestellt. Vorne zeigt mir das XS jetzt an der Stelle an, es gibt nichts weiter umzudrehen. Das ist der Hinweis darauf, dass wir tatsächlich sämtliche Umkehrarbeit schon geleistet haben. Rekursionsabbruch. Im Rekursionsabbruchfall enthält der Akkumulator das Endergebnis unserer Berechnung. Und tatsächlich finden wir hier die entsprechende Liste 3-2-1 wieder. Okay, das ist die einfache Idee hinter einer Listenumkehr, die auf der Basis von akkumulierenden Argumenten funktioniert. Okay, mit dieser einfachen Idee gehen wir zurück hier in unser Rappel. Okay, und werden tatsächlich das Ding mal ausprobieren. Also ausprogrammieren. Was ich hier also machen möchte, ist die Liste XS umdrehen. Und was ich hier als erstes programmiere, ist der Rapper. Okay, und in dem Rapper ist von einem Akkumulator oder sowas an der Stelle überhaupt noch nicht die Rede. Das ist das Interface, die Funktion, die ich nach außen geben würde. Hey, wenn ihr in meinem System eine Liste umdrehen wollt, dann benutzt doch Backwards. Das intern, intern, Backwards auf der Basis von einem Worker arbeitet, ist für die Aufrufer zu diesem Zeitpunkt vollkommen irrelevant. Alles, was als Argument reingeht, ist die Liste XS, die hier umzudrehen ist. Okay, der Rapper hat nichts anderes zu tun, als die ganze dreckige Arbeit an den Worker weiterzuleiten. Der hat die Aufgabe, die Liste XS umzudrehen. Den Akkumulator, den wir dazu benutzen werden als Startwert, ist die leere Liste. Genau wie das gerade eben die Folie angedeutet hat. Die erste Zeile der Tabelle, die wir auf Folie 18 irgendwie aufgebaut haben. Okay, das war schon der entsprechende Rapper dazu. Okay, dann geht es jetzt an den Backwards Worker. Okay, Backwards Worker. Der Backwards Worker, wir haben die Signatur davon schon auf der Folie gesehen. Der hat jetzt zwei Listen, mit denen er spielen kann. Einmal das Original Argument XS, einmal den entsprechenden Akkumulator. Was bei rauskommt, ist nachher das Endergebnis unserer Listenumkehr. Das ist natürlich so eine Liste von lauter %A-Elementen. Okay, also Backwards Worker. Alles klar. Da kommen sie rein, Liste und Akkumulator. Okay, jetzt kommt es darauf an, wie sich diese Liste hier darstellt. Sind wir schon im Rekursionsabbruchfall und ist diese Liste tatsächlich schon leer? Okay, das werden wir natürlich mit Pattern Matching feststellen. Okay, also hey du, Liste XS, bist du schon leer an der Stelle? Falls ja, dann gibt es irgendwie nicht... Oh, sorry, meine Güte. Wir sind ja hier im Programmieren mit akkumulierenden Argumenten. Falls du tatsächlich leer sein solltest, dann weiß ich, der Akkumulator beim Rekursionsabbruchfall enthält bereits das entsprechende korrekt zu Ende berechnete Ergebnis. Und genau das werden wir an der Stelle zurückgeben. Mein Gott, das wäre das gewesen, wenn ich hier empty hingeschrieben hätte. Okay, also der Akkumulator wird zurückgegeben an der Stelle. Ansonsten gibt es den interessanten Fall, dass die Liste tatsächlich nicht leer ist. Okay, lass uns das mal schön einrücken hier. Alles vorbereiten, alles da. Ja, dann ist tatsächlich Arbeit zu tun. Wir müssen nämlich die nächste Zeile in unserer akkumulierenden Argumentetabelle irgendwie ausführen. Okay, und wir müssen Backwards Worker uns selbst, also rekursiv aufrufen, mit den neuen Einträgen in der nächsten Zeile unserer Tabelle. Okay, Backwards Worker. Alles klar. Das Ding braucht zwei Argumente. Okay, lass uns nochmal kurz auf die Folie zurückschalten hier. Okay, hier das linke Argument, das XS. Wie ist das von einem Rekursionsaufruf zum nächsten zu behandeln? Ja, also einfach mit REST. Einfach den REST von XS in die nächste Rekursion reingeben. Wie ist der Akku zu behandeln? Ja, einfach das aktuelle erste Element von XS, ja, einfach vorne an den Akku dran stellen, mit MakePair. Ja, okay, ich glaube, das kriege ich hin. Alles klar, hier bin ich wieder zurück. Okay, ja, was ich hier also hier an der Stelle zurückgeben muss, hier an der Stelle, das ist einfach der REST von XS. Dank Pattern Matching habe ich den entsprechend schon in die Hand bekommen. Keine Selektoren, die ich hier irgendwie aufrufen muss. YS ist einfach der REST von XS. Okay, ganz hervorragend. Danke, Pattern Matching. Alles klar. Hier an der Stelle muss ich den Akku pflegen. Das ist ganz einfach. Ich werde einen MakePair-Aufruf ausführen. Y ist das zur Zeit erste Argument in XS gewesen. Das werde ich vor meinen schon bestehenden Akku stellen. Ist das okay? Ja, denn der Akku selber ist eine Liste. Da kann ich tatsächlich das Y einfach davor stellen. Mal schauen, dann war es das doch eigentlich schon. Fertig. Okay, mein Gott, einfacher kann es doch wirklich nicht sein. So, kleiner Cut hier. Sorry eben für die Unterbrechung. Jetzt können wir hier an der Stelle weitermachen. Manchmal funkt das Leben dazwischen hier. Auch in der Uni. Alles da. Okay, also das ist doch schon die Implementation unserer Backwards-Worker-Funktion. Einfacher konnten wir uns da an der Stelle doch eigentlich nicht wünschen. Okay. Das ganze Ding ist sogar intrikursiv, denn der entsprechende Aufruf von Backwards-Worker hat um sich herum hier keinerlei Kontext angesammelt. Okay, das ist doch ganz hervorragend. Alles klar. Also das haben wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal erreicht mit unserer Transformation in eine Funktion, die mit akkumulierenden Argumenten arbeitet. Okay. Okay, ich denke, wir könnten das Ganze mal versuchen zum Fliegen zu bringen. Also lasst uns das doch mal hier an der Stelle übersetzen. Okay. So. Und ja, erstmal ganz kurz schauen, ob das mit dem Backwards-Sinn auch tatsächlich funktioniert. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 8 hatten wir vorhin als Beispiel. Hier, 11, 38. Danke, George Lucas. Okay. Also, da kommt Backwards-8, 3, 1, 1 raus. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Okay. Jetzt hatte ich an der Stelle versprochen, Mensch, diese Implementation von Backwards und Backwards-Worker mit akkumulierenden Argument gibt uns nicht nur einen Platzvorteil, sie gibt uns auch einen echten Performance-Vorteil. Okay. Und ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir wiederholen, wir wiederholen unser Benchmark, unseren Benchmark mit unseren Listen 1000 und 2000 nochmal mit unserer Backwards-Implementation. Okay. Weil wir hier an der Stelle jeweils pro Listen-Element, das wir verarbeiten, pro Listen-Element Y, das wir verarbeiten, genau einen Make-Pair-Aufruf machen, würde ich auch mal vermuten und sehr, sehr hoffen, dass Backwards auf einer Liste, die doppelt so lang ist, nur doppelt so viel Zeit braucht, wie die Version von Backwards auf einer kürzeren Liste. Okay. Also, lassen wir mal das Ganze nochmal ablaufen hier. Unser Time-Required-Racket-Base, das haben wir noch drin, oder? Lass mal schauen. Da ist es noch. Okay. Alles klar. Wir können also Time benutzen. Hier an der Stelle. Define-T1, das wird der Time-Aufruf von Backwards auf der Liste, die 1000 Elements beinhaltet. Okay. Also, dann lassen wir das mal aus... Sorry dafür. Dann lassen wir das hier an der Stelle mal durchlaufen. Okay. Und... Wow. Vier. Vier Millisekunden. Nochmal. 363. Drei. Okay. Da ist wohl die Garbage-Collection dazwischen gekommen, wie ihr hier sehen könnt. Dann lassen wir das aufrufen. Im Hiebspeicher haben wir dazwischen gekommen. Das hat zu der entsprechenden Zeit hinzu addiert. Aber wenn mir keine Garbage-Collection dazwischen kommt, dann dauert das Ganze drei. Dann dauert das Ganze drei Millisekunden. Okay. Tatsächlich. Okay. Dann mal der Durchlauf auf der Liste, die 2000 Elemente beinhaltet. Okay. Wow. Okay. Garbage-Collection dazwischen. Fünf. Drei. Oh Gott. Das ist ja super schnell. Irgendwie der Garbage-Collection dazwischen. Fünf. Okay. Also, wenn uns die Garbage-Collection nicht dazwischen haut, dann dauert das Ganze hier tatsächlich irgendwie... Ja. Sagen wir mal fünf Millisekunden statt drei Millisekunden. Das ist doch ungefähr die doppelte Zeit wie drei. Also, normalerweise vollzieht die Messung bei euch auf eurem Rechner nochmal nach. Ihr werdet oft genug hier genau sechs Millisekunden oder genau die doppelte Zeit finden, die für das Umdrehen der 1000-Elementigen-Liste irgendwie benötigt wurde. Okay. Und wem das jetzt irgendwie magisch schnell vorkommt, der können wir ja nochmal tatsächlich checken, ob Backwards-2000 tatsächlich irgendwas macht. Das geht ja rasend schnell. Fünf Millisekunden statt 30 Sekunden. Okay. Die Ausgabe benötigt die ganze Zeit. Aber ihr seht, tatsächlich steht hier hinten die Eins. Und das ist die umgedrehte Liste. Ich könnte bis nach oben durchscrollen, werde ich nicht machen. Alles klar. Oben wird die 2000 stehen. Backwards hat seinen Job tatsächlich gemacht. Das ist ja wirklich signifikant deutlich viel schneller als die entsprechende Variante mit REAP. Und der nicht-entrikursiven und nicht-akkumulierenden Argumente-Version, die wir vorher hatten. Okay. So, eine Bemerkung möchte ich in diesem Video noch machen. Ein Ding möchte ich euch noch erläutern. Und dann machen wir an der Stelle einen Deckel drauf. Alles klar. Natürlich gehören der Wrapper, hier ist er, und der Worker eng zueinander. Okay. Zum Beispiel hat der Wrapper darüber Informationen, wie denn der Worker korrekt aufzurufen ist. Korrekt heißt an der Stelle, mit der korrekten Initialisierung des korrekten Akku-Wertes. Okay. Leute da draußen könnten sich denken, Mensch, Backwards Worker, das hört sich ja cool an. Macht so richtig cool Arbeit und so weiter. Ruf ich mal auf. Aber dann müsste man ein entsprechendes Wissen darüber haben, wie man den Akkumulator richtig initialisiert. Nämlich zum Beispiel mit Hilfe der Empty List. Der Backwards Worker ist eigentlich eine lokale Implementationsentscheidung, die ich getroffen habe für die Implementation meiner Listenumkehr. Sowas sollte eigentlich verborgen sein und sich einfach nur verstecken, hier als Detail verstecken in der Implementation meiner Backwards-Funktion. Derzeit kann ich in einem Nabensraum hier das Backwards sehen und ich kann genauso das Backwards Worker sehen. Und aus Versehen oder on Purpose könnte jeweils jemand meinen Worker aufrufen. Vielleicht mit einem inkorrekten Akkumulator-Wert hier an der Stelle. Okay, das würde ich gerne vermeiden. Backwards Worker sollte ein Name sein, der nur lokal, nur lokal innerhalb von Backwards bekannt ist und nach außen überhaupt gar nicht zugreifbar ist. Und die lokale Definition von Namen ist etwas, die uns schon öfter untergekommen ist. Das ist nämlich etwas, was wir mit Let's durchführen können. Ich möchte euch eine Variante von Let zeigen hier an der Stelle, die wir tatsächlich gut benutzen können, um hier eine rekursive Funktion, die sich mit ihrem Namen ja auf sich selber bezieht, auch tatsächlich in so ein Let einbauen zu können. Dazu zurück zu den Folien. Und was uns da erwartet, ist ein neues Konstrukt, das sich Let Rack nennt. Das ist also wie ein Let, aber da steckt noch ein bisschen Recursion mit drin. Let Rack hat andere Regeln für die Sichtbarkeit der lokalen Namen, die hier irgendwie gebunden werden. Okay, lass uns das nochmal irgendwie anschauen. Let Rack hat genau den gleichen Sinn, genau den gleichen Sinn wie Let. Wir wollen nämlich Identifier, ID, I hier, am besten gleich mehrere davon. Ihr seht das hier in meinem Beispiel, ich gehe mal rüber, hier rüber, genau, ihr seht in meinem Beispiel, gleich N Stück davon möchte ich an Werte binden. An welche Werte ich die binden möchte, ja, das wird jeweils hier durch diese N Ausdrücke irgendwie festgelegt. ID 1 wird an E 1 gebunden, ID N wird an EN gebunden. All das kennen wir schon von Let. Okay, was sich geändert hat, ist die Sichtbarkeit der Namen, die hier definiert werden. Das sind die Namen, die definiert werden, N Stück. In dem normalen Let konnten wir diese N Namen genau an einer Stelle benutzen, nämlich hier. In dieser Expression E, die sich auf alle N Namen beziehen kann. Das war das normale Let. In Let Rack sind die entsprechenden Regelungen zur Sichtbarkeit von Namen etwas relaxiert, etwas generalisiert. Okay, diese ID 1 bis ID N hier sind tatsächlich bekannt in allen E 1 bis EN. Okay, also zum Beispiel könnte sich das EN hier schon auf das ID 2 beziehen oder auf ID 1 beziehen. Oder E 1 könnte sich auf ID N beziehen. Das ist gar kein Problem. EN kann sich vor allem auch auf ID N beziehen. Das Ganze kann rekursiv sein. Okay, also hier in dem Ausdruck hier könnte ich mich rekursiv schon wieder auf den Namen ID N beziehen. Denn jeder Name hier vorne ist sichtbar in all diesen Ausdrücken da hinten. Okay, der Sichtbarkeitsbereich ist also der, den ich hier mit dieser Box angedeutet habe. Okay, die Identifier sind tatsächlich lokal sichtbar. Außerhalb des Let Rack sind sie unsichtbar, aber sind tatsächlich in all diesen Ausdrücken hier, die ich jetzt nochmal highlighte, tatsächlich benutzbar. Wie sah das aus bei einem normalen Let? Da sah das so aus. Da war der Sichtbarkeitsbereich genau der hier. Okay, und dann sieht es doch tatsächlich schon anders aus. Das ist Let Rack. Okay, was ich jetzt hier gerade irgendwie erläutert und irgendwie versucht habe, auf der Slide zu visualisieren, das ist genau das, was hier unten steht. Okay, also es sind tatsächlich rekursive Definitionen erlaubt, denn alle EI können alle ID J sehen. Alles klar. Das scheint wie eine große Flexibilität und ein großer Vorteil zu sein. Damit gehen natürlich einige Effizienzüberlegungen, die man sich bei der Auswertung von Let machen kann, die gehen ja natürlich an der Stelle verloren. Insbesondere kann ich diese EI hier, die Ausdrücke, diese N-Ausdrücke nicht mehr parallel auswerten, weil sie sich gegenseitig auf die Namen, an die sie gebunden werden, irgendwie beziehen. Intern wird eine Analyse ausgeführt, welcher von diesen EI hier tatsächlich als erstes ausgewertet werden muss, damit sich die anderen schon mal auf den entsprechenden Identifier beziehen können und so weiter. Das ist einigermaßen kompliziert, muss uns an der Stelle aber nicht interessieren. Das Einzige, was wir missen müssen, wir haben hier diese sehr, sehr flexiblen Sichtbarkeitsregeln. Okay, hier ist alles sichtbar und hier auch. Aber leider kann keine parallele Auswertung für uns stattfinden. Aber das ist der entsprechende Preis, den wir dann an der Stelle bezahlen wollen. Und ja, wir könnten natürlich das Let-Drag benutzen, um tatsächlich hier unseren Backwards-Worker lokal zu verstecken. Aber bevor wir das machen, lasst uns doch ganz kurz hier mal zurück in unseren Buffer gehen und dann tatsächlich ganz kurz mal mit dem Let-Drag spielen. Also lasst uns mal die folgende Situation hier überlegen. Ich mache mal eine globale Definition, die überall sichtbar ist. Nichts lokal oder was? Define x40. Jetzt ist x global sichtbar als Wert 40. Und jetzt komme ich mit einem Let daher. Und ja, mache hier mal ein paar Definitionen. Das soll mir schon reichen und dann werde ich unten ein Plus xy ausrechnen. Okay, das ist die Situation, auf die wir schauen. Kein Let-Drag hier, sondern das ganz normale Let, so wie wir es bisher kennen. Was wird von diesem Konstrukt berechnet? Was wird von diesem Ausdruck hier unten berechnet? Das würde mich an der Stelle interessieren. Ich würde vorschlagen, ihr pausiert das Video hier an der Stelle ganz kurz. Und überlegt euch, was da an der Stelle rauskommen muss, bevor ihr es in der Rappel tatsächlich versucht mal auszugeben. Okay, Pause drücken. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken gemacht und ihr habt gesehen, dass das Ganze zu 42 ausgewertet wird. Okay, gar keine Überraschung. In dieser Vorlesung wertet er immer alles zu 42 aus. Warum ist das so? Ja, weil hier wir uns natürlich nach der entsprechenden gültigen Bindung für x und y umschauen müssen. Die gültige Bindung für x, die finde ich natürlich hier lokal. Die finde ich hier lokal in meinem Let. x ist also 2. Die gültige Bindung für y, die finde ich natürlich auch hier in meinem Let. Okay. Und die gültige Bindung für y ist x. Was ist x hier an der Stelle? Okay. Weil ich mich hier nicht in einem Let-Rack befinde, ist das x, das wir hier oben definiert haben, zu diesem Zeitpunkt hier an dieser Stelle noch nicht bekannt. Und das x hier, das wird sich auf das globale x beziehen. Okay. Alles klar. Also ist x2, y ist das globale x, das ist 40. y ist 40. 2 plus 40, das ergibt 42. Komm, lass uns die Kiste mal auswerken, damit der Onkel Goose hier keinen Schwachsinn erzählt. 42 tatsächlich, das ist das, was da an der Stelle rauskommt. Wir können das auch in der Syntaxprüfung sehen. Syntaxprüfung anwerfen und dann werden dir wieder die entsprechenden Ausdrücke eingefärbt. Ja, das x hier bezieht sich natürlich auf das x, das y bezieht sich auf das y, das ist das ganz normale Wesen eines Let. Okay. Aber das x hier bezieht sich auf das globale x. Tatsächlich, wie wir es gerade eben besprochen haben, da kommt da unten 42 raus. Okay. Dann bauen wir das Ganze mal in den Let-Rack um. Okay. Jetzt ist wieder Video-Pause-Zeit. Überlegt euch, was hier an der Stelle rauskommen wird. Zack. Willkommen zurück. Alles klar. Was da rauskommen wird, ja, lass uns kurz überlegen. Die Bindung für x hier, die schlage ich hier in dem Let-Rack nach. x ist 2. Nach wie vor gar kein Problem. Die Bindung für y, die schlage ich hier in dem Let-Rack nach. Okay, super. y ist das gleiche wie x. Da ich mich hier in dem Let-Rack befinde, sind die entsprechenden Bindungen, die in dem Let-Rack selber durchgeführt wurden, schon sichtbar. Sie sind hier auf den rechten Seiten in diesen Ausdrücken e, i bereits sichtbar. Okay. Damit ist x also tatsächlich hier dieses lokale x. Das ist die 2 hier. Tatsächlich, da kommt 2 plus 2 raus. Müsste 4 rauskommen. Ausführen. Kommt 4 raus. Ganz hervorragend. Alles klar. Die Sintagsprüfung anwerfen. Wieder die entsprechenden Bindungen checken. Also hier, x bezieht sich natürlich auf das x. y bezieht sich natürlich auf das y. Wäre noch schöner. Das x hier bezieht sich tatsächlich auf das lokale x, das hier in dem Let-Rack definiert wird. Das globale x hier hat an der Stelle überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen. Ist völlig aus dem Spiel raus. Das lokale x hier überdeckt die entsprechende globale Bindung und dann wird das Ganze zu 4 ausgewertet. Okay. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen, um eine Version von Backwards herzustellen, die intern die rekursive Definition von Backwards-Worker beinhaltet, in einer lokalen Sichtbarkeit, die nach außen niemals weitergegeben wird. Und wenn ich hier zurück auf meine Folien gehe und hier die entsprechende Folie 20 aufmache, dann seht ihr hier schon vorbereitet, die entsprechende Implementation meiner Backwards-Funktion. Okay. Lass mich kurz hier rüber gehen. Genau. Die Backwards-Funktion, das ist der einzige Identifier, der global bekannt sein wird. All das ist alles, was ich nach außen geben würde. Eine Funktion, die eine Liste konsumiert und eine Liste rausgibt von einem Akkumulator, ist da an keiner Stelle die Rede. Alles klar. Was der Wrapper zu tun hat hier, ist einfach die Liste xs entgegenzunehmen und den entsprechenden Worker zu starten. Ihr seht, alles ist beim alten xs, wird übergeben, der Startwert des Akkumulators wird festgelegt. Fertig. Wo kommt das Backwards-Worker her? Ihr seht, ich beziehe mich mit dem Namen Backwards-Worker genau auf den Namen hier. Ich befinde mich hier in dem Body von Backwards, in dem Ladrack. Dieser Backwards-Worker darf sich auf diesen Namen beziehen. Dieser Name ist lokal sichtbar, außerhalb des Ladrack vollkommen unbekannt. Naja, an diesem Backwards-Worker gibt es irgendwie nicht viel zu beschreiben. Das ist der normale Worker, genau wie wir ihn eben gerade eben besprochen haben. Der macht den Match, der gibt dem Empty-File den Akkumulator zurück, ansonsten ruft er sich selber rekursiv auf. Okay, das ist gar kein Problem, denn der Name Backwards-Worker ist dank des Ladrack schon hier auf der rechten Seite der Definition. Lass mich die rechte Seite der Definition kurz einkasteln. Hier ist die rechte Seite der Definition, Modulo richtiger Klammern, die ich hier im Fahren habe. Das ist die rechte Seite dieser Definition. In der rechten Seite darf ich mich schon auf den definierten Namen beziehen. Das erlaubt Rekursion. Ich kann tatsächlich hier diese rekursive Funktion lokal definieren. Und ja, hier nochmal die Annotation, dass das ganze Ding tatsächlich endrekursiv ist, zu einem iterativen Reduktionsprozess führt. Ein Backwards-Worker ist ein sogenannter Tail-Call, der keinen weiteren Kontext irgendwie kennt und so weiter. Ich kann das hier bis zum Top-Level Lambda verfolgen. Ganz hervorragend. Hervorragend. Alles zusammengebaut. Die entsprechende Überlegung aus dem letzten Video und diesem Video zusammen. Hier spielen sie zusammen. Okay. Natürlich werde ich euch in der entsprechenden, in dem entsprechenden File, Definitions 09 von RKT, diese schöne Version von Backwards auch hinterlassen an der Stelle. Okay. Ich denke mal, dann können wir hier Deckel drauf machen. Ist auch wieder lang genug geworden, das Video. Dafür haben wir jetzt aber auch das Chapter 9 im Kasten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es könnte sein, dass als nächstes Chapter 10 kommt. An der Stelle möchte ich mich aber von den Studierenden der Medizintechnik verabschieden. Ich danke euch für euer Interesse. Natürlich könnt ihr das Video 10, aus dem Kapitel 10, 11, 12 und so weiter schauen. Das ist gar kein Thema. Ich weiß, dass ihr für diese Vorlesung nur 6 ECTS bekommt. Damit ist hier an der Stelle für euch normalerweise Schluss. Alle Dinge, die wir von euch in Übungsbettern verlangen würden, würden sich bis maximal zu diesem Video 42 erstrecken. Wenn das keine coole Zahl an Videos, dann weiß ich es nicht. Haut rein. Check care. Wir sehen uns in Chapter 10 wieder. Bis dahin.